Liebe Studierende, wir möchten jetzt mit der Fragestellung B der zweiten Videoübung des Semesters. Wir haben vor der Pause die Situation betrachtet, wo man einen Kondensator berücksichtigt mit der Fläche A, das sind quadratische Fläche A und Abstand D, und der Kondensator ist gekoppelt mit einer Batteriespannung von 80 Volt. Und dann gibt es eine metallische Platte, die sich mit der konstanten Geschwindigkeit V bewegt, längs diese vertikale Achse. Das heißt, diese metallische Platte der Dicke D wird mit dieser konstanten Geschwindigkeit V eingeschoben. Und in der ersten Fragestellung haben wir sozusagen den Endzustand berücksichtigt. Das heißt, haben wir die totale Kapazität des resultierenden Kondensators, wenn die metallische Platte vollständig im Raum des Kondensators ist. Was ich jetzt hier skizziert habe, ist die Situation bei der Zeit T0, weil in der Fragestellung B möchte man die zeitliche Entwicklung des Einschubvorgangs mathematisch beschreiben. Eigentlich, was gefragt ist, ist, wie ändert sich als Funktion der Zeit die Menge von Ladungen Q, die sich im Kondensator speichern lassen, wenn eben diese Platte eingeschoben wird. In anderen Worten, man fragte, wie ändert sich die Kapazität des Kondensators als Funktion der Zeit, wenn eben diese metallische Platte mit konstanter Geschwindigkeit V eingeschoben wird. Ich glaube, das Erste, das wir machen müssen, müssen wir uns vorstellen, die Situation bei einer beliebigen Zeit T verschieden von 0, wenn meine Platte schon zum Teil eingeschoben wurde. Wir machen eigentlich bei dem Einschubvorgang eine Fotoaufnahme jetzt bei einer Zeit T verschieden von 0. So, Einfachheitsalbe, da wir mit einer Bewegung zu tun haben, und diese Bewegung ist tatsächlich vertikal, ist immer geeignet, wenn man ein Bezugssystem berücksichtigt. Als Bezugssystem betrachten wir selbstverständlich diese vertikale x-Achse. So, was wir haben hier, ich mache nochmals brav meine Situation. Und dann eben die Platte ist jetzt hier zum Beispiel so viel eingeschoben wurde. Diese Platte bewegt sich tatsächlich, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit V. Und das Ganze ist eben immer noch mit der gleichen Batteriespannung von 80 Volt gekoppelt. So, hier fotografiere ich, mache ich eine Fotoaufnahme der Situation, wie gesagt, bei irgendeiner Zeit T, wo diese Platte schon zum Teil im Kondensator sich befindet. Jetzt im Zusammenhang mit diesem Bezugssystem können wir schon gewisse Größe definieren. Das heißt, die Länge hier ist selbstverständlich V mal T. und die totale Länge, bis die Platte vollständig im Kondensator sich befindet, ist natürlich gegeben durch Wurzel von A. Nochmals die Betonung, A ist die Fläche von dieser quadratischen metallischen Platte des Kondensators. So, diese Kante hier hat eine Länge von Wurzel A. Das wird dann später von Bedeutung sein. Aber wie gesagt, die Fragestellung ist um die zeitliche Entwicklung der Ladungen, die Sie hier speichern lassen, wenn diese Bewegung stattfindet. So, wir müssen sozusagen die Kapazität des Kondensators als Funktion der Zeit berechnen. Und wir müssen versuchen, bei dieser Fotoaufnahme, bei einer beliebigen Zeit T verschieden von Null, müssen wir jetzt versuchen, eine äquivalente Vorstellung, sozusagen ein Ersatzbild, müssen wir versuchen, einen Ersatzkondensatoren-Schallkreis zu eruieren, der sich dann mathematisch behandeln lässt. Und hier die Überlegung wäre es, dass wir haben eine Situation im oberen Teil des Kondensators, die gefüllt ist, und eine Situation im unteren Teil des Kondensators, die noch leer ist. Aber beide Situationen sind mit der gleichen Batteriespannung gekoppelt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir haben sozusagen eine parallele Schaltung von einer gefüllten und einer leeren Situation des Kondensators. So, als Ersatzbild, als Ersatzkondensatoren-Schallkreis, kann ich jetzt hier eine parallele Schaltung von Kondensatoren betrachten. Erstens hier, und das ist eine Darstellung des oberen Teils, das heißt gefüllt, und dann parallel dazu eine Situation für den unteren Teil, das heißt noch leer. Und beide sind parallel geschaltet mit der Batteriespannung. Jetzt bezeichnen wir die Kapazität des Kondensators im oberen Teil, das heißt gefüllt als C1, und wir bezeichnen die Kapazität des Kondensators im unteren Teil, das heißt leer als C2. Und wir wissen ganz allgemein, dass bei einer parallelen Schaltung von Kondensatoren die totale Kapazität ist gleich der Summe der einzelnen Kapazität. Und jetzt, wie kann ich die zwei Kapazitäten C1 und C2 beschreiben? Ich mache erstens eine Aussage, die ich dann erklären werde. C1 wäre es eigentlich die Kapazität des Kondensators gefüllt, das heißt können wir das als C voll, mal einen Faktor Alpha. Und mit dem Faktor Alpha beschreibe ich, zum welchen Prozent des ursprünglichen Kondensators schon mit der metallischen Platte gefüllt ist. So dass die Kapazität C2 ist dann die Kapazität des Kondensators leer, mal, selbstverständlich, 1 minus Alpha. Das heißt, 1 minus Alpha ist gleich dem Prozent oder stellt sozusagen als Faktor, zum welchen Prozent vor mein Kondensator noch leer geblieben ist. Und wie gross ist dann Alpha? Alpha ist gleich dem Verhältnis zwischen dieser Länge V mal T und diese totale Länge, das ist die Wurzel von A. Nochmals mit dem Faktor Alpha beschreibe ich, zum welchen Prozent der ursprüngliche Kondensator schon voll ist und 1 minus Alpha, zum welchen Prozent der ursprüngliche Kondensator noch leer geblieben ist. Und die zwei Kapazitäten C voll und C leer, diese kennen wir schon. C voll ist die Kapazität des Kondensators vollständig voll mit der metallischen Platte. Das ist, was wir in der Fragestellung A berechnet haben. So, ich möchte vielleicht das nochmal zur Erinnerung schreiben, dass C voll ist tatsächlich gleich Y0 mal die Fläche A geteilt durch die Summe von D1 plus D2, wobei D1 und D2 waren jeweils diese zwei Abstände. Und C leer, das heißt die Kapazität des Kondensators vollständig leer, ist die Kapazität im Anfangzustand. So, das ist tatsächlich Y0 mal A geteilt durch D. So, diese zwei Kapazitäten kennen wir und können wir sofort auch numerisch diese berechnen mit den Angaben des Problems. Es gibt eigentlich fast ein Faktor, ein Faktor 10 zwischen den beiden. Aber jetzt haben wir alles, um eben die zeitliche Entwicklung des Einschubvorgangs zu diskutieren. Weil was gefragt ist, ist schlussendlich, wie entwickelt sich als Funktion der Zeit die Menge von Ladungen Q, die sich hier speichern lassen. Das heißt, wenn eine Variation der Menge von Ladungen als Funktion der Zeit stattfindet, dann haben wir mit einem effektiven Strom zu tun. Das heißt, ich kann sagen, dass der Strom I, der effektive Strom I, der sich entwickelt bei dem Einschubvorgang, ist allgemein definiert als zeitliche Variation der Ladungen, die in diesem Fall im Kondensator sich speichern lassen. Aber jetzt, wir wissen auch, wie diese Menge von Ladungen Q sich beschreiben lässt, weil ich habe mit Kondensatoren zu tun. Und ich weiß ganz allgemein, dass die Kapazität ist tatsächlich definiert als Q geteilt durch U, wobei U die Spannung der Batterie. Jetzt in unserer physikalischen Situation, U ist eine Konstante, weil ich habe immer mit der gleichen Batteriespannung zu tun. So, die einzige Variable hier im Problem, die sich als Funktion der Zeit verändert, ist die Ladung Q. Schlussendlich, die zeitliche Entwicklung der Kapazitäten ist gegeben durch die zeitliche Entwicklung der Ladungen, die sich doch speichern lassen im Kondensator selber. So, das kann ich sofort umformen und ich kann das so schreiben als U mal die zeitliche Ableitung der Kapazität des Kondensators. Aber die Kapazität C hier, meint man selbstverständlich, die totale Kapazität in dieser Situation. Und wenn wir jetzt C total, das wäre eigentlich C total hier, wenn wir jetzt die totale Kapazität, Summe als C1 und C2, als Funktion der Zeit ableiten, dann haben wir sofort folgende Formel, das ist Spannung U mal Geschwindigkeit V, geteilt durch Wurzel A, mal C voll minus C leer. So, was wir sehen hier, was wir beobachten hier, ist, dass der resultierende Strom I, der sich entwickelt bei dem Einschubvorgang, ist erstens eine Konstante, ist zeitunabhängig, ist direkt proportional zur konstanten Geschwindigkeit, mit welcher meine metallische Platte im Kondensator eingeschoben wird. Und auch, was wir beobachten, weil C voll ist größer als C leer, dass der resultierende Strom immer positiv ist. Das heißt, bei diesem Einschubvorgang fließen Ladungen von der Batterie auf die Platte des Kondensators. Die Menge von Ladungen auf die Platte des Kondensators erhöht sich als Funktion der Zeit. Und man redet somit von einem Aufladestrom. Wir haben eigentlich etwas Ähnliches auch gesehen im Problem des Dielektrikums, dass man kann beim Einschieben eines Dielektrikums in einem Kondensator Ladungen in der Batterie zurückschicken oder von der Batterie holen. Und das ist eben eine Situation, wo beim Einschubvorgang der metallischen Platte Ladungen werden von der Batterie geholt, sodass die Menge von Ladungen, die sich im Kondensator speichern lassen, erhöht sich als Funktion der Zeit. Und die Fragestellung C, das können Sie selber mit den Musterlösungen bearbeiten. Dort möchte man wissen, mit welcher Geschwindigkeit V muss man die metallische Platte einschieben, um noch einen Strom von 10 hoch minus 11 Ampere zu messen. So, Sie müssen einfach jetzt diese Formel hier nach V lösen, nach Geschwindigkeit lösen, und dann mit den numerischen Werten die Geschwindigkeit berechnen. Aber das, wie gesagt, überlasse ich Ihnen. Diese Übung, glaube ich, war sehr interessant, auch weil wir konnten hier quasi eine Mischung zwischen Mechanik und Elektrizität behandeln. Hauptsächlich, es ginge um eine Beschreibung der zeitlichen Entwicklung der Menge von Ladungen Q, die sich im Kondensator speichern lassen, bei dem Einschubvorgang. Wir konnten hier nochmals eine Situation üben, wo quasi bei der physikalischen Situation als Ersatzbild eine parallele Schaltung von Kondensatoren berücksichtigt wird. Und damit haben wir auch nochmals geübt, dass die totale Kapazität für eine parallele Schaltung gegeben ist durch die Summe der einzelnen Kapazitäten. Und schlussendlich haben wir die Fragestellung, mit dem Konzept des Stroms gekoppelt, weil tatsächlich die Frage war, wie ändert sich als Funktion der Zeit die Menge von Ladungen, die Sie hier speichern lassen bei dem Einschubvorgang. So praktisch, man möchte wissen, wie gross ist der Strom, die Variation der Ladung als Funktion der Zeit. Und diese Menge von Ladungen lässt sich eruieren via der allgemeinen Definition der Kapazität. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen. Auf Wiedersehen.